Für euch im Wechsel mal links, mal rechts ein bisschen in die Höhe, nicht maximal ein bisschen weg vom Boden. Mal über rechts, mal über links, relativ schnelle Füße schon, okay, das ist gut, dann steht bitte auf, wir überwiegen die Gelenke durch. Mal ein bisschen schicken, mal rechts, rechts, links, links, soll nicht ausrechenbar sein. Ja, wie früher, das ist egal. Das sind schon wichtige Techniken hier. Noch etwas weiter dehnen, nächste Form, folgendermaßen verendeten Winkel zur Matte. Abends für den Winkel! Ah! 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 Oh, ne! Keine Fälle an, Leute! Ah!